Hallo, ich bin Jan-Christoph Daniel. In diesem Videotraining zeige ich Ihnen, wie Sie ein multikulturelles Team effektiv führen und positiv auf das Handeln der Teammitglieder einwirken. Ich arbeite seit über 16 Jahren in länderübergreifenden Projekten mit internationalen Teams zusammen. Die Videos richten sich an Führungskräfte und Projektleiter, die zum ersten Mal für ein international zusammengesetztes Team verantwortlich sind oder ihr geschäftliches Netzwerk auf globaler Ebene ausbauen möchten. Auch erfahrene Führungskräfte werden neue Impulse für ihre Teamentwicklung bekommen. Sie arbeiten mit Geschäftspartnern aus der ganzen Welt zusammen, um international ausgerichtete Dienstleistungen anzubieten oder Produkte zu entwickeln. Durch die globale Vernetzung ist es unerheblich, ob ihr multikulturell zusammengesetztes Team in Düsseldorf, Singapur oder Dubai sitzt. Als Führungskraft stehen Sie vor der Herausforderung, komplexe Sachverhalte, individuelle Erwartungshaltungen und kulturell geprägte Verhaltensweisen in Ihrem Team austarieren zu müssen. Und das alles innerhalb der Zielvorgaben Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Kunden. Bei diesem Prozess kommt es darauf an, verschiedene Sprachen, Lösungsstrategien und vor allem Wertvorstellungen Ihrer Teammitglieder unter einen Hut zu bringen. Sie lernen in diesem Training, wie ein multikulturelles Team funktioniert, welche Phasen es durchläuft und wie Sie optimale Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit schaffen. Mithilfe der Werkzeuge in diesem Training stellen Sie eine gemeinsame Vertrauensbasis her und bereiten Ihr Team zielgerichtet für Top-Leistungen vor. Erkennen Sie die Stärken Ihrer Teammitglieder und fördern Sie Kreativität und Innovationskraft. Schicken Sie Ihre Helden auf die Reise Ihres Lebens. Als Besonderheit werden Sie mit Techniken aus der Bildsprache und der filmischen Dramaturgie arbeiten. Unternehmen Sie mit mir Ihre ersten Schritte in der Entwicklung einer vertrauensbasierten Teamkultur. Viel Spaß mit dem Videotraining zur Führung Ihres multikulturellen Teams.